Babyalarm bei Heidi Klum, 47 Fragezeichen Welche Anzeichen für Nachwuchs mit Tom Kaulitz, 31, Sprech? Eigentlich hatte Heidi Klum mit der Kinderplanung abgeschlossen und stellte klar, das wird nicht der Backofen ist zu. Doch dann scheint es sich die GNTM-Chefin doch noch einmal anders überlegt zu haben. Bei America's Got Talent sagte sie vor laufenden Kameras, als eine Kandidatin mit Baby die Bühne betrat, und die Vorbereitungen scheinen bereits in vollem Gamm. Es wird bereits gemunkelt, dass Heidi und Ehemann Tom Kaulitz ein neues Liebes ist für die Kinder. So etwa mit genügend Platz für ein Baby? Die Mordemann erfolgt nämlich neuerdings. Hollywood-Mord war bereits Penny auf Instagram und zu dessen angeboten haben diverse Luxus-Anwesen in Berlin und Berlin ein neues Haus für ein neues Familienmitglied. Das würde auf jeden Fall so ergeben, schließlich steckt Heidi's aktuelles Anwesen noch voller Alpen. Sowohl Ex-Bodyguard und Liebhaber Martin Kirsten, 48, als auch Vito Schnabel, 34, mit dem sie anschließend drei Jahre lang zusammen war, gingen hier bereits ein. Von letzterem steht sogar eine Skulptur im Garten. Die Mordemann, 50, als auch Vito Schnabel und Liebhaber Martin Kirsten, 48, als auch Vito Schnabel und Liebhaber Martin Kirsten. Die Mordemann, 50, als auch Vito Schnabel. Die Mordemann, 50, als auch Vito Schnabel. Untertitelung des ZDF, 2020